... ganz kurz mal korrigieren. Also die Zahlen vor den Nullen bedeuten nur erstens, zweitens, drittens. Und die Nullen, die Zahlen der Anrufer. Ich meine, was nicht ist, kann doch werden. Wir haben ja noch eine Weile Zeit. Aber neben mir sitzt aus dem Land der schmutzigen Strände ein sauberes Mädchen. Und ihr Name klingt wie ein Fruchtsaftgetränk. Gianna Nanini. Aber sie hat eine Stimme wie ein Reibeisen. Ja, und sie singt uns jetzt den Titel. Fantasia. Bitteschön, que grande. Oh, taffia. Stanko il sentimento Si ha rinchiuse in me Roccia in mezzo al vento E l'anima La spontaneità Per spiegare me Ha raggiunto già Ja, oh, danke für den Anruf. Wer war denn das? Der Intendant. Der Intendant? Ja. Was wollte er? Die schwarze Barbara. Ja, wir sind die hierin. Intreggio le mie mani, solo a chi, solo a chi, fiducia nel domani mio. Mann, hab ich nen Kohlen da verpackt. Was is'n das? Jüsseldorf, Thomas mit Mario. Wenn man das isst, dann muss man in die Mario-Klinik. Tja, also Mensch, das Essen ist genauso wie die Presse unserer letzter Plattküche fand. Wie dat? Zum Katzen. Fantasia Di emozioni ed illusioni Credere, poi ricredersi E' tutto sommato dopo scegliersi Sola io, sola io Intreggio le mie mani Sola io, sola io Fiducia nel domani mio ... Das ist doch wirklich der letzte Dreck hier! Die Dreckarbeit sollten Sie lieber anderen überlassen, Herr Regisseur. Das kann unser kleiner Tornado viel besser. Du schaltest ein, die Luft ist reindedig. Ah, was hier ist es, sei nicht! Haben Sie mein Tornado Deluxe gesehen? Nein, aber kennen Sie schon meine Platte? One, two, one, two, three, Mr.